Cyberport präsentiert das TrackDot-Tracking-System von Globatrack. Vielflieger und Dauerurlauber bekommen mit diesem Gadget den perfekten Reisebegleiter. Wie der Name schon vermuten lässt, können Sie mit dem TrackDot Ihr Gepäck orten. Das Produkt funktioniert überall, wo es Handyempfang gibt, also weltweit in allen Ländern, die über GSM verfügen. Sie müssen den TrackDot lediglich anschalten, in Ihren Koffer legen und eine Verbindung mit der kostenlosen App herstellen. Diese ist mit iPhones ab iOS 7 und Android-Geräten ab der Version 2.3 kompatibel. Nun werden Sie nach jedem Flug über den Standort Ihres Gepäcks via SMS oder E-Mail benachrichtigt. Um der Hektik der Gepäckausgabe aus dem Weg zu gehen, bietet TrackDot eine weitere praktische Funktion. Die App zeigt Ihnen an, wie weit entfernt sich Ihr Koffer von Ihrem aktuellen Standpunkt befindet und in welcher Richtung. Dabei kann das Gepäckstück bis zu 160 Fuß, das sind umgerechnet ca. 50 Meter entfernt sein. Dieses Feature funktioniert mit iPhone 4S und neueren Modellen sowie mit Geräten ab Android 4.3, die Bluetooth 4.0 unterstützen. Weiterhin können mehrere Smartphones verbunden werden und der TrackDot lässt sich auch über die Homepage des Herstellers orten. Die Energie erhält das Tracking-System aus zwei AA-Batterien, welche im Lieferumfang enthalten sind. Für den TrackDot selbst muss man einmal bezahlen. Anschließend darf er ein Jahr gratis genutzt werden. Danach erhebt der Hersteller eine Servicegebühr von 19,99 Dollar pro Jahr. Komfortabler kann man sein Gepäck nicht finden. Mit dem neuen Globa-Track TrackDot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017